So Freunde, willkommen zu einer weiteren Meme-Mittwoch-Folge. Heute Anime-Memes, die Aaron die Freiheit genommen haben. Meine Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Folge. Ich weiß, ihr habt gesagt, ihr wollt keine Challengeres mehr haben. Deswegen machen wir mit dem Vanilli-Format weiter. Und wir haben gesehen, letzte Folge ist sehr gut bei euch angekommen. Vielen, vielen Dank fürs Feedback. Es sind wieder mehr Anime-Memes. Sinan hat die Anweisungen bekommen. Er hat euch gehört. Wir haben wieder classy Anime-Memes am Start. Deswegen gibt es natürlich hier hoffentlich auch von euch classy Daumen nach oben. Freunde, lasst ein Abo auf dem Kanal da. Und wir gehen rein in Anime-Meme-Mittwoch. Ich habe den Pot aber nicht vergessen. Keine Sorge. Das überlegen wir uns für nächste Woche. Digga, ich sehe aus wie ein GTA-Charakter. Also sieht halt legit fresh aus. Bro, mit dem Bart auch ein bisschen wild. League of Legends Play after finding a new way to tell someone to unalive... Rush, Rope, and Share, Build. Oh nein, nein. Kiss yourself. Malfit und Offer Bridge. Live-Reaction to the Hospital. Rada hat einen Backflip gehittet. Du kommst heim und ihr bester Fron... Oh, Rodeos. Da, da bist du ja wieder. Hallo, Elina Lise. Du bist ja schon früh... Bro, Veruni ist einfach normal. Aller Sache. Also, ich weiß wirklich nicht... Ist das die neue Muschok-Staffel? Nicht... Wovon du redest? Ja, klar. Aber pass nur auf, dass du dir keine Erkältung zuziehst. Oi, oi, oi. Muschok, bitte. Hört doch auf damit. When you walk into your room to grab something and forget the entire... Digger, ey, wie oft habe ich diese Scheiße. Wie oft bin ich davon getetet. Wie ich einfach komplett vergessen, was ich da überhaupt gemacht habe. Who's Wii? Who's Wii? There is no Wii. Incredibles, ne? Die wussten, was sie machen. Digger, Tarzan, bro. Tarzan dachte sich auch, Bruder. Digger, Lola aus... Nein. Who's Wii? Nein. There is no... Oi. When a wrong friend becomes a Pokémon trainer? I heard you call a new Pokémon, so I wanted to... I don't know what it looks like. I promise you, man. Oi, oi. Deeply disappointed. Inata, when she tried to find Pain to help Naruto. Oh, no. Bro. Oi, oi, oi. Yo, Wii, me try to predict One Piece series. Meanwhile, Oda-Sensei. Oh, nein. Oh, ach so, die Fake-outs. Die Fake-outs, bro. Crazy. Er ist in Denken. Oh. Oh, mein Gott. Julian, ich hoffe, du siehst das. Wir glauben an er nicht. Real Madrid, oh. Judo Beringe, oh. A hundred years passed and my brother and I discovered the... Barcelona. New Avatar. An Airbender. Boris, ihr Dortmund, man. And although his Airbending-Skills are great... He has a lot to learn, man. A lot to learn, man. For his reign can save the world. Wir sind alle am Morsig-Platz geboren. Und er catchte... Ah, ja, übrigens, ähm, an alle Bayern-Fans da draußen. Ich weiß, wir haben eine lange Historie. Wir hassen uns gegenseitig. Wir betteln. Und die letzten zehn Jahre, wenn wir ehrlich sind, war Dortmund einfach eine Scheiße. Und wir denken immer noch, wir sind Klopp, Dortmund. Aber wir haben eine Rivalität hinter uns. Wir drehen durch. Wir hassen uns. Wir beleidigen uns. Ich weiß. Aber ich bin hier. Ich stehe heute hier. Und ich gebe zu. Ihr wurdet verarscht. Ihr wurdet so mies verarscht. Und ihr habt es nicht geschafft. Wir haben gewartet. Wir dachten, es wird das große Comeback. Aber leider sollte es nicht so kommen. Aber ich bin heute hier, um zu sagen, dass wir trotzdem zusammenhalten können. Und zusammen am 1.6. in Wembley für Gerechtigkeit sorgen können. Real Madrid. Ich bedenke mich hier wieder. Real Madrid wird fallen. Dortmund wird es schaffen. Wir sind alle am Borsig-Platz geboren. Bayern-Redemption-Ark. Wir sind hier. Ich weiß, Kuhl hat gefühlt, aber er heute gerade richtig rum, weil mein Bein raus ist. Aber egal, Dortmund ist weiter. Wenn ich catch the girl who leglocked my boy at the last second and made me fire. This is for Gohan! This is for Gohan! Oh no. This is for Gohan. Gohan Kamui? Mm. What the hell is even that? Oi, 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 oi. Ah, Sinan ist wieder in seiner Prime. Seeland ist offiziell wieder in seiner Prime. How to walk with a woman, learn from Ulkiyora? You don't have any privilege. POV Yuji is cooking for his cooking channel, but Sukuna took over. What the fuck? Bro. I know I've let you down. The watermelons, oh nein, rain. Bro, Evangelion Vista. It's always been about love and hate. Now let me say I'm the biggest hater. The way that you walk, the way that you talk, I hate the way that you dress, I hate the way that you sneaked it. Oi 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 oi. Huh? Oi 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 oi. Try some. It's a joey? Ah, Joey? Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. DRAKE VS KENDRICK IFS THEY WILL FIGHT IN REAL LIFE Die DRAKE SICK Oh, when you're about to fake your age when creating an account but you realize that you don't have to do You don't have to do this, you don't have to do this Is that not the beat of this one guy who makes this metal armor? King Beldman or so, best man We have today just the Drake Kendrick episode Bro, no, no, no Bro, what is this for the episode? I can't anymore I can't 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 Team Rocket? Oh no brother Just Team Rocket in real life Gut, dass die Nummernschild abgedeckt haben, na Jungs? 145! This is how a religion starts in a thousand years, when they found this exotian art fair. Bro, the caption I love. Me, when an anime starts playing the opening during an episode. Oh, it's this guy. Frieza's like, you stupid monkey. And then Donkey Kong's like, Oh, 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 oh. My black friends reaction when my eyes finally adapt to see... Ey, man, Alter! You can see it, motherfucker! You can see my curse technique! Da, ja. Freunde, das war's wieder von MemeMittwoch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lass den Daumen oben da, ab und auf den Kanal. Bis zum nächsten Wochen 18 Uhr, MemeMittwoch. Ihr wisst Bescheid. Ciao, tschüss. Tschüss! Tschüss! 째